Oh, 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 was geht ab, ihr geilen Glubschies herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Titanfall 2. Ich spiele diesmal Last Titan Standing und wie der Name schon vermuten lässt, es ist Titan vs. Titan direkt vom Anfang an. Alle haben einen Titan und der letzte Titan, der übrig ist, der hat gewonnen. Aber nur weil der Titan raus ist, heißt das nicht, dass man als Spieler auch raus ist. Man hat noch mehrere Möglichkeiten, man kann halt auch noch so Titans fertig machen und in das Spiel mit eingreifen und der ist weg, jawohl. Ist der Pilot raus? Ich weiß es gerade nicht, ich hoffe nicht. Gut, den ersten haben wir, wir haben aber auch schon einen verloren. Scheiße. Okay. Er nimmt ihn für sich. So, gib ihm alles. Komm schon, der muss weg. Oh, oh. Nein, weg damit. Okay, mein Pilot ist ausgeschaltet. Ja, den habe ich erwischt. Okay. Und jetzt Laser. Ja, fick die Nudel. Ich muss raus, ich muss raus, ich muss raus. Nein, wir haben alle verloren. Nein. Scheiße. Alter, der hat ein Minigun. Ja, das ist jetzt meine dritte Runde. Ich habe vorhin mal eine gespielt, aber da habe ich irgendwie komplette Scheiße gelabert, beziehungsweise habe ich gar nicht geredet. Da war ich irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, da war ich ein bisschen raus. Deswegen nehme ich jetzt die Runde hier auf und zeige euch den Last Titan Modus. Das Titan Standing Modus, so. Alle Titans müssen eliminiert werden. Mama. Alles klar, machen wir. Auf jeden Fall nicht alleine rennen. Dann, äh, so wie der eine da, wenn man dann alleine gegen zwei steht, dann ist man ziemlich am Arsch. Ich renne hier mal mit meinen Kollegen. Da ist einer, jawolleck. Von so nah geortet. Okay. Was, wir haben schon einen Pilot verloren, aber sein Titan steht noch. Dann ist er wahrscheinlich ausgestiegen, wa? Warum bist du ausgestiegen, Junge? Okay. Der Titan ist auch weg jetzt, sehe ich gerade. Junge, renn da nicht so rein. Safe aus der Distanz. Wir müssen das jetzt echt hier... Ein bisschen taktisch. Okay, hinter uns kommt, glaube ich, auch einer, wa? Von da. Scheiße, wir müssen hier weg, Alter. Schild. Ich konzentriere mich gerade ein bisschen, deswegen bin ich ein bisschen leiser. Mach ihn weg. Gut, der ist doomed. Der hat fast kein Leben mehr. Der hat gesessen. Jawohl, der ist auch doomed. Was? Fick dich. Fick dich. So nicht, du Wichser. So. Ich bin der Letzte, Alter. Ich bin der Letzte. Ich darf nicht aussteigen, der ist kaputt. Oh. Okay. Ein Pilot, ein Titan. Alles klar, ich bin fucked, Alter. Ich bin so fucked. Mein ganzes Team guckt mir zu. Hau auf damit. Was soll ich da machen, Alter? Ich war schon doomed. Keine Chance. Ja, und dann haut er mir seine Ulti rein. Alles klar, äh. Ah, Mann. Ich finde den Modus voll geil. Der hat so, der hat was. Der hat echt was. Da war ich alleine gegen einen Pilot und einen Titan. Den Pilot konnte ich töten. Den anderen Titan davor konnte ich auch noch töten. Das heißt, ich war sogar alleine gegen zwei Titans und einen Pilot am Anfang. So, wo geht mein Team hin? Okay. Ich werde einfach mal mit der Menge laufen. Ja, Junge, das hat es jetzt voll gebracht. Okay, der holt sich da die Batterie. Da kommt der erste ran. Habe ich von da Schaden gekriegt? Nee, ne? Nur von denen da hinten. Ah. Komm. Oh. Nicht gut. Ich wollte gerade die Batterie da holen. Gib ihm, 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 gib ihm. Und nicht die Sau. Jawohl. Ey, Sakor. Oh. Shit, Alter. Nee, du. Dich lag ich noch nicht in die Luft. Ich hole mir die Batterie hier. Ah, wobei, die will er haben. Ah, mein Titan ist jetzt auch eh kaputt. Los, Alter. Er ist unser letzter Titan und ich bin zu Fuß unterwegs. Hier sind nur auf zwei. Von hinten, von hinten, von hinten. Oh, komm schon. Ich helf dir, was ich kann, Alter. Nein. Als ob wir schon wieder verloren haben. Ich habe den einen da sogar noch besiegt. Alter. Oh. Der andere hatte nicht mehr viel. Mann, was ist das für eine Scheiße. Halbzeit. Alles klar, man muss also sechs Runden gewinnen, oder was? Holy shit. Okay. Aber der Modus macht Spaß. Der macht echt richtig Spaß. Ah, mal gucken. Vielleicht kriegen wir da ja noch irgendwie einen Sieg hin. Wir haben zwei North Stars. Das ist nicht gut. Die halten nichts aus. Die sind einfach zu schnell kaputt. Okay, wir starten jetzt von der anderen Seite. Kommt da schon einer? Da kommt schon einer. North Star. Verdammte Scheiße, Alter. Wer ist das denn, ey? Ja, gib ihm ordentlich. Ja. Da konnte ich nichts machen. Da kamen sie alle, Alter. Holy shit, ey. Da habe ich noch zumindest ein bisschen Schaden mit meiner Ulti gemacht. Und der wird jetzt auch auseinandergepflückt. Da hast du keine Chance, ey. Ja, er macht auch noch seine Ulti an. Aber ihm kommen aber noch unsere Teamkameraden zur Hilfe. Jetzt wäre er von hinten. Rechts von dir, Junge. Kriegst du was mit? Hinter dir. Geh raus, geh raus, geh raus. Nice, er hat Nuklear. Oh mein Gott. Er hat Nuklear gehabt. Wie geil. Okay. Unser letzter Mann. Du darfst nicht kaputt gehen. Nein. Nein. Ich dachte, ich war ja jetzt mit der Nuklear ankam, Alter. Hohohoho. Wunder geworden. Bam, Junge. Jawohl. Oh, der Modus, der ist echt hammergeil. Wir haben jetzt zwei Irons. Ein Ronen. Ronen ist, glaube ich, der mit den Schwertern da. Und zwei North Stars. Ne, zwei Ronens. Ein North Star. Jetzt hat er noch geändert. Oh Mann. Ich hoffe, diesmal kriegen wir das besser hin. Was macht er denn da, Alter? Er tanzt einfach schon mal ein bisschen rum. Ich krieg hier auch schon mal was hin. Kann ja nicht schaden. Falls sie von da kommen wollen, kriegen die direkt was ins Gesicht. Da hinten kommen sie. Warte mal. Da ist auch irgendwo einer. Da. Ah. Ich habe halt noch keine Ahnung, was die Titans so können. Also, Ayan kenne ich halt. Scorch kenne ich. Ähm. Und jetzt kenne ich dann auch... Achso, da ist einer von mir. Äh. North Star. Jetzt weiß ich auch, was der kann. Aber... Ich habe keine Ahnung, was hier Tone oder wie der heißt, was der kann. Das ist ein bisschen... Moment mal. Hier wurde mir gerade einer angezeigt. Jawohl. Der ist weg. Kein nerviger kleiner Pilot mehr, der uns im Weg steht. Boah. Der hat gesessen, Junge. So. Der ist doomed. Jawohl. Aua. Oh. Der hat gesessen. Ich gucke mir mal kurz die Batterie da. So. Rein da. Scheiße hinter mir. Oh. Shit. Lasercore. Gib ihm. Nein. Nein. Nuklear. Oh. Der hatte noch eine Nuklear-Explosion. Alter, Vater. Da. Da ging mir nochmal ein bisschen die Pumpe. Zumindest ein bisschen. Ha. Zweite Runde gewonnen. Die Haufphol-Jagd ist real, Alter. Jawohl. Es läuft gerade. Es läuft. So. Davon brauche ich ja nichts. Loadout. Ja, okay. Man kann auch den Titan auswählen, aber... Ich bin mit Arjen momentan sehr zufrieden. Alle feindlichen Zeiten. Der war auch schon in der Pre-Alpha mein Lieblingszeiten. Der habe ich einfach am liebsten gespielt. Mit dem kam ich am besten klar. Ich lege hier schon mal was hin. Da hinten kommt schon der Erste. Oh, der hat Dreck geschluckt, Junge. Wie ich hier in der Hocke bin und hier durchschieß, Alter. Was? Was? Hurensohn! Oh mein Gott, Alter. Da hat er mich abgelenkt. Holy shit. Alter, das hat ordentlich wehgetan. Scheiße, wie kommt man hier weg? Da. Äh, schon mal ein bisschen Rückzug, Jungs. Scheiße, leider nicht getroffen. Ja, der Pilot ist gerade mein kleines Problem, du. Da kommt er. Nein. Ah. Okay, noch alive. Still alive. Komm, den hole ich, den hole ich, den hole ich. Nein. Aber der hat ordentlich geschluckt. Der hat ordentlich geschluckt. So, nein. Ich will die Ego-Perspektive zugucken. Was ist da jetzt los? Ach, scheiße. Er ist auf den Pfeil draufgesprungen. Er ist unser letzter. Er war unser letzter. Nein. Verloren. Oh shit. Boah, das sah aber auch cool aus. Also, die Exekution kann einiges. Ich mach mal ein bisschen mein Headset leiser, weil ich hier sonst, glaube ich, ein bisschen laut bin. Oh, Tatsache, das war's. Tatsache, das war's. Also, vier muss man gewinnen, dann hat man das Match für sich entschieden. So, da haben wir ja wieder ordentlich was freigeschaltet. Ja, wobei, so viel ist das gar nicht. Gut. Ähm. Lol. Auf einmal bin ich hier wieder im Hauptmenü. Was ist denn hier los? Gut. Ich würde sagen, ich verabschiede mich. Vor allem, wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder in der nächsten Runde. Moment mal, der sucht gerade noch hier. Spielersucht beenden. So, zack. Tschüss.